Was wäre, wenn Belgien und die Niederlande in EAFC eine gemeinsame Liga hätten? Wir haben bereits eine gemeinsame Liga, die Kartoffel-Wikinger. Bro, wir reden über Fußball nicht als Hockey. Die besten Neuen der vergangenen R-Diversiersaison und Jupiler Pro-Saison wurden in eine Liga getan. Somit besteht die Liga aus 18 Mannschaften. Nach der Hinrunde gehen die ersten zwei Plätze an die holländischen Klubs Eindhoven und Ajax und die Plätze drei und vier gehen an die belgischen Klubs Antwerp und Klub Brügge. Meisterschaft und Pokal gehen aber am Ende an Ajax. Feyenoord-Rotterdam kämpft sich noch in die Top-4 hoch, Heerenven wird letzter. Ich persönlich fände die Liga im Fußball cool, aber getrennte Ligen sind für mich auch kein Problem.